So, hallo, hier ist Aralisha und Cinnamon Cake. Ja, ich habe gerade das andere Video aufgenommen mit Stormy bei dem totalen Pferde-Experten. Ich habe seinen Namen vergessen. Und ich wollte mich gerade auf den Weg machen zwischen Moorland und der Erntefeldprovinz. Das Gasthaus, das ist dieses Wolf's Inn oder so. Und wollte das Paket suchen. Ich habe gerade einen Relog gemacht, weil ich überall schon mal geguckt hatte, aber nichts gefunden habe. Und jetzt habe ich das Paket gefunden. Bei mir liegt es hier bei unserem Freund, wie heißt er noch gleich? Bei unserem Freund Josh, genau. Da ist das verlorene Paket. Du findest ein Paket am Wegesrand. Jemand muss es aus Versehen verloren haben. Die Adresszeit ist ganz verschmiert und kaum lesbar. Inhaber wahrscheinlich? Inhalt? Hut? Keine Ahnung. Empfänger? Atfield. Ja, Adresse. Na ja, soll wahrscheinlich unser Reiseziel sein. Wohl fein hin, wie auch immer. Vielleicht kannst du herausfinden, von wem das Paket ist. Möglicherweise kriegst du eine Belohnung. Gut, dann reiten wir einfach mal dahin. Ich zeige euch noch zwei, drei Orte, wo ich das Paket gesehen habe, wo das andere gefunden hatten. Sorry übrigens gerade an diejenige, an der ich gerade vorbeigeritten bin, obwohl sie ihr Liter geschrieben hatte. Nur ich nehme gerade was auf und dann... Ähm, ja. Es war jetzt gerade unwitzig. Tut mir leid. Kannst mich nochmal gerne privat anschreiben. Ähm, ich weiß, dass hier vorne... Hier stand einer vorhin ganz lange und hat anscheinend das Paket aufgenommen. Äh, hier stand einer. Da. Ja, das weiß ich noch. Und... Lasst mich nicht lügen. Genau. Da vorne am Stein stand einer ganz lange. Also die paar Stellen kenne ich noch. Äh, wo andere was gefunden haben. Ähm, ja. Ich habe es jetzt relativ einfach. Wie gesagt, wenn ihr das Paket nicht findet, dann macht einfach einen Relog. Äh, lockt euch kurz aus, lockt euch wieder ein und dann ist das Paket an einer anderen Stelle und dann findet ihr es vielleicht. So. Das gehört... Gehört... Äh, das Paket gehört Ed. Hm. Hallo Elischa. Ich bin so ungeduldig. Deswegen kann ich gerade nicht so viel sprechen. Warum? Ich warte auf eine Lieferung mit neuen Zutaten für meine Küche. Ich hatte letzte Woche eine Idee für ein neues Rezept und kann seitdem nicht mehr schlafen. Ich habe alle nötigen Zutaten bestellt, doch die Lieferung kommt einfach nicht an. Du hast ein Paket auf dem Weg gefunden? Meine Zutaten? Wunderbar! Wow! Jetzt wird ein kulinarisches Meisterwerk geschaffen. Ich kriege kein Wort mehr Rösteliche. Hier fangen. Als Dank für deine Hilfe. Bis dann. Oh, wir haben eine Jacke bekommen. Oh, die ist ja mal der Hammer. Also heute kriegen wir ja richtig tolle Klamotten. Was ist denn los mit SSO? Was ist denn los mit denen? Die machen ja so tolle Klamotten. Ein klassischer Regenmantel. Ein klassischer Regenmantel für alle Modefreaks. Reiten plus 4, Befehl plus 3, Verkaufspreis 525 Coins. Und man muss Spieler Level 5 sein. Total schnieker. Da habe ich auch noch richtig tolle Reitschuhe dazu. Passt jetzt vielleicht nicht so ganz. Obwohl, ich habe das eigentlich das richtige Pferd dazu. Aber okay. Total schnieker. Ja, damit beende ich das Video hier. Genau. Ich mache nämlich noch den Shop jetzt gleich. Da sind ja neue Reitklamotten. Aber ich mache hier einen Cut. Ihr könnt gerne noch mein 550es kleines Abonnenten-Special jetzt unten anklicken. Hier auf das Video einfach. Und könnt mir einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefällt. Alle Informationen zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Alicia.